Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fallout 4. Ich weiß noch nicht, wie sie heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie jetzt aufnehme. Ich sag mal Let's Build zum Beispiel oder Back to the Vault oder Bauarbeiter. So, wir sind, wie ihr seht, wieder in der Vault und jetzt werden wir hier weiterbauen. Nicht unbedingt nur in der Vault, vielleicht gehen wir auch mal zurück ins Museum oder fangen mal ein ganz neues Projekt an. Aber wir werden bauen, bauen, bauen und nochmals bauen. So, ich hab die Quantum Power Rüstung mit hierher gebracht plus den ganzen Schrott aus Nuka World. Ich hab den auch schon ein bisschen sortiert, so nach Sachen, die ich gern zum Dekorieren benutze und Sachen, die gern verschrottet werden können. Aber ich bin immer noch überladen, obwohl der ganze Schrott weg ist. Ich muss jetzt nochmal Kleidung und Waffen einfach hier in die Vault-Kiste schmeißen. Da ist nämlich einiges, was ich da mitgenommen hab. Ach, aber ich nehm grad alles raus, statt es reinzustopfen, das ist natürlich auch clever. Es hat mich schon gewundert, dass es so viel ist. Naja, den Ehering hab ich mit reingepackt, das darf ich nicht vergessen. Ich bin nämlich echt ein bisschen stolz drauf, dass ich's geschafft hab, den Ehering noch nicht zu verlieren. Weil eigentlich dachte ich, so von wegen, ich nehm den jetzt mit, aber im Endeffekt ist er wahrscheinlich eh bald weg. Aber ich hab's echt geschafft, den noch nicht zu verlieren, obwohl ich schon wieder zum Beispiel das Redex jetzt reingesteckt hab, das da gar nicht hingehört. Ähm, und sowas passiert mir eben ständig, aber trotzdem ist der Ehering noch da. Er ist nicht verkauft, nicht verloren gegangen, nicht irgendwo runtergefallen und verschwunden. Das ist cool. Und ich häng jetzt inzwischen schon wirklich sentimental an diesen Ehering. Der ist ein Glücksbringer für mich. Ein Souvenir von dem verstorbenen Ehemann, der gerecht wurde. Glaub ich. Rache ist eigentlich nicht so wirklich das Motiv, oder? Es geht drum, den Sohn wiederzukriegen. Und weniger drum... Ah! Ah, Overseer's Guardian muss ich natürlich oben in mein Overseer-Büro hängen. Das behalte ich gleich im Inventar. Genau, und unseren Sohn haben wir ja quasi getötet oder zumindest sterben lassen. Jetzt hab ich Overseer's Guardian doch wieder weggepackt. Mann, was mach ich denn? Aber dafür haben wir seinen Klon. Synth-Klon. Oder so. Warum gibt's den eigentlich gleich nochmal? Jetzt mal ehrlich, warum gibt's den? Ist der um mich zu manipulieren, oder... Warum baut der eine Kinderversion von sich selbst im Institut? Das macht nicht wirklich viel Sinn, oder? Naja. Was soll's. So. Seien Sie doch selber gegrüßt, Kumpel. Seien Sie doch selber gegrüßt. Um Verschämtheit. Okay. Home sweet home. Energie für ein ganzes Leben. Was sollte ich mehr wollen? So, wo bauen wir denn weiter? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Wisst ihr was? Ich baue hier vielleicht jetzt mal weiter. Einfach ein bisschen die Vault bauen. Hier haben wir ja quasi so einen Vault-Zwischeneingang. Der führt dann hier in diesen Tunnel. Und ich habe beschlossen, dieser Tunnel gehört zur Vault, weil sie ja ein abgeschlossener Bereich ist. Aber ich will vielleicht mit Betonwänden diese verschütteten Eingänge noch zu betonieren. Weil erstens zieht es schöner aus und zweitens ist es dann auch sicherer. Nicht, dass es da in Wirklichkeit was durchkommen könnte. Aber ihr wisst ja, ich stelle mir immer vor, wie es realistisch Sinn machen würde so ein bisschen. Deswegen hier eine Betonwand. Das ist, glaube ich, mal ein gutes erstes Projekt zum Einklang, zum Wiedereinstieg in das Ganze. So ist, glaube ich, cool. Metallrahmen draußen. Achso, den sieht man jetzt trotzdem nicht. Ist trotzdem cool. Wenn ich jetzt andere teile, will der sich nicht anfügen an den anderen. Anscheinend nicht. Oben auch nicht, weil das ist dann problematisch. Es geht ja schon wieder gut los hier. Aber normalerweise geht es schon irgendwie. Wie, vielleicht mit den Teilen? Nein, auch nicht. Vielleicht mit den Teilen? Nein, auch nicht. Also jetzt weiß ich es aber wirklich bald nicht mehr. Okay, hier, das ist mal ein guter Anfang. Wenn da ein Teil oben ist, dann gehen normalerweise auch die anderen. Genau. Wunderbar. Was will man mehr? Na komm, ich habe das Gefühl, dieser Metallbalken da oben macht dem gerade Schwierigkeiten. Dem Editor. Also mir. Zur Not benutze ich auch einfach lauter Kleine. Ist mir auch wurscht. Aber schöner wäre es, wenn es mit denen hinhauen würde. Na ja, hier haben wir das gleiche Problem. Hier will sich auch nichts anfügen. Doch, das will sich anfügen. Ah ja. Ja, die Kleinen, die gehen meistens dann trotzdem. Ach komm schon. Ich habe schon gesehen, dass du gehst. Jetzt tu nicht so. Tu nicht so, als ob du nicht gehen würdest. Ich weiß es genau, dass du daran passt. Jetzt komm, sei nicht böse. Sei nett. Sei freundlich. Komm. Wir sind doch alle Freunde hier. Sei doch nicht so. Dieser Editor. Ich habe schon ganz vergassen, wie schlamm der ist. Oh oh. Hier kriegen wir nicht mal so eins hin. Na, vielleicht sollte ich den Plan nochmal überdenken. Und vielleicht lassen wir das Ganze einfach. Ich hätte zwar hier wirklich gerne eine Betonmauer gehabt, aber wenn der so spinnt hier, der Editor, dann ist das vielleicht... Aber da hinten hat es doch auch funktioniert. Ich muss mir das mal schnell anschauen. Da hinten hat es doch auch ohne Probleme funktioniert. Guckt, hier geht der Metallträger direkt mitten durch die Betonwand und so. Und hier ist alles zubetoniert. Also, das muss gehen. Also, wenn die nicht irgendwie, äh, äh, gemein sind bei Bethesda und aus purer Boshaftigkeit die Betonteile gepatcht haben, damit die nicht mehr so gut funktionieren, wie die früher funktioniert haben, dann muss das doch hier auch gehen eigentlich. Vielleicht sind die so. Vielleicht haben die das gemacht. Vielleicht haben die gedacht, wisst ihr was, wir machen das so, dass wir den Spielern am Anfang Betonteile geben, die überall super gut reinpassen. Und dann, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann nehmen wir die wieder raus. Dann machen wir die genauso stur wie die anderen Teile. Ha! Die werden uns hassen. So sind die wahrscheinlich. Die sind einfach nur aus purer Boshaftigkeit heraus boshaft. Glaube ich schon. So. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, was wir machen. Ich mache vielleicht mal, keine Ahnung, Betonteile. Ihr seid doch nicht so. Ne, das hat hier irgendwie echt alles keinen Sinn. Ich finde es ja irgendwie echt schade. Aber irgendwie geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann mal noch versuchen, hier jetzt Teile anzufügen. Nein, das will nicht. Ja, die würden natürlich gehen. Es ist schon zum Schreien. Ist aber echt blöd, weil normalerweise funktionieren die, also wenn Betonteile schon nicht funktionieren, die eigentlich alles mit sich machen lassen, dann ist das echt ein bisschen hoffnungslos hier. Okay, dann lasse ich das jetzt wirklich, keine Ahnung, hilft jetzt nichts. Schade, ich hätte es echt cool gefunden, aber leider wird es nichts. So. Hier wollte ich ja quasi die Uranminen machen, wo Strafgefangene, also Raider, die die Vault angreifen und sowas, ihre Zeit abarbeiten müssen, bevor sie dann wieder raus können. Deswegen mache ich jetzt, hier hinten, habe ich mir gedacht, kommt dann vielleicht so eine Art Außengefängnis hin, so eine Art Lager, wo die Strafarbeiter quasi wohnen und schlafen und so. Das Ganze wird natürlich bewacht von Mitarbeitern. Ich weiß, Zwangsarbeit in der Uranmine ist nicht gerade nett, aber die hätten ja auch nicht irgendwie glauben müssen, dass die meine Vault angreifen müssen. Das haben die jetzt davon. Und vielleicht kommen sie ja dann geläutert wieder raus. Die sind ja hier nicht für immer. Nur für ein paar Jahre oder so. Vielleicht werden sie dann sogar in die Vault aufgenommen, wenn sie rehabiliziert sind. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Aber in meinem Kopf ist es so. So. Ich kriege hier die Mauer. Ich kriege hier echt die Mauer nicht mehr hin. Haben die Betonteile wirklich verändert? Ich fände es echt richtig scheiße, wenn es so wäre. Weil das waren die letzten Teile, mit denen man noch wirklich bauen kann eigentlich. Alle anderen waren sowieso schon immer relativ nutzlos. Also wenn man so extreme Projekte machen will, wie ich zumindest. Wobei so extrem ist das jetzt auch wieder nicht. Ich will halt, dass die Betonwände mit der Mauer abschließen. Das ist eigentlich alles. Das ist jetzt eigentlich nicht gerade extrem, finde ich. Aber für das Spiel halt schon irgendwie. Für das Spiel ist das so. What? Wände, die mit anderen Wänden abschließen? Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Okay. Ich glaube, das geht, oder? Naja, da ist schon noch eine kleine Lücke. Ein Teil hier wäre schon noch nett, Mensch. Wenn ich hier noch eins hinbaue, vielleicht können wir dann eins oben drauf setzen. Manchmal geht es, wenn man mehrere Teile hat, an denen sich ein Teil anfügen kann, ist es manchmal nicht mehr so stur. Aber in dem Fall hilft es uns leider nichts. Aber ich kann damit leben. Ich hätte nur wirklich, wirklich gerne noch hier oben eine Mauerreihe. Aber das wird schwierig. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das erlaubt uns das Spiel eher kaum. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wie wir das gleich nochmal, äh, irgendeine Schultertaste gedrückt halten, oder beide gedrückt halten, oder X gedrückt halten, ah ja. Okay, sehr cool, damit habe ich nicht gerechnet. Also, X und beide, nee, wartet, was? Wo ist es jetzt hin? Oh, da ist es. Ich glaube, ich glaube, ich nehme ein neues. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. X und die linke Schultertaste gedrückt halten und schon kann man die Teile ein bisschen höher halten. Das ist echt sehr praktisch. Das gleiche versuchen wir jetzt hier drüben auch noch. Nein? Ja? Ach, guckt euch an, wie unproblematisch das da oben funktioniert. Haben wir jetzt die maximale Größe erreicht? Nee, noch nicht. Ein bisschen können wir noch bauen. Da müssen wir wieder den Waffenglitch anwenden. Also, mit Waffenglitch meine ich den Waffen-auf-dem-Boden-Werfen-Glitch. Oh, es wird so Zeit für Mods. Auch wenn die Mods auf der PS4 sehr limitiert sein werden und ich mich ein paar Mal ärgern werde, dass wir gewisse Sachen leider nicht kriegen, ähm, bin ich schon alleine deswegen froh, dass wir endlich dieses Baulimit da oben abschalten können. Weil das wird garantiert gehen und das wird garantiert eines der ersten Sachen sein, die ich mir holen werde. Weil das ist einfach nur nervig und einfach nur, ich weiß auch echt nicht. Ich meine, grundsätzlich verstehe ich es natürlich schon. Grundsätzlich sagt Bethesda, naja, wir wollen ja, dass das Spiel einigermaßen anständig läuft und wenn es dann abstürzt, weil die Leute zu viel bauen, dann beschweren sich wieder alle. Also machen wir lieber so ein Baulimit, dann sind wir aus dem Schneider so ungefähr. Aber trotzdem fühlt sich das für mich immer an wie so reine Schikane, als hätten die das nur eingebaut, um einen zu ärgern. Weil man kann ja ganz offensichtlich sogar erheblich mehr bauen, als der maximale Bauleistengrößenmesser da oben einem erlaubt, bevor es überhaupt mal zu ruckelt anfängt. Und von Abstürzen ist dann überhaupt noch keine Rede. Aber, äh, nö. So, ich muss jetzt mal schauen, ob ich das wieder problemlos reinsetzen kann. Ja, das geht. Dann setze ich das mal kurz hier hin, weil ich fände es eigentlich ganz schön, wenn hier vielleicht Gitterstäbe oder, ja, es ist halt irgendwie, diese Gitterfenster sind wirklich so riesig, dass es eigentlich schon wieder bescheuert ist. Weil jeder selbst ein sehr großer, sehr übergewichtiger Mensch kann da noch durchklettern. Aber nicht unser Hauptcharakter. Der ist zu fett. Das geht nicht. Ganz eindeutig. Unmöglich. Passt sie unmöglich durch. Na gut. Ähm. Türen. Eine Tür wäre hier nicht schlecht. Und wisst ihr, was noch nicht schlecht wäre? Licht. Aber hier draußen brauchen wir einen eigenen Generator. Fällt mir gerade ein, weil wir haben keine Vault-Anbindung. Das heißt, hier müssen wir wieder Kabel verlegen. Aber eigentlich passt mir das ganz gut. Gefällt mir ganz gut, weil das passt hier draußen auch echt gut dazu. Irgendwie, wenn hier so Kabel verlaufen und alles wieder so ein bisschen oldschoolig ist. Finde ich eigentlich ganz gut. So haben wir jetzt die maximale Größe erreicht. Es sieht so aus. Dann müssen wir, glaube ich, zurück zu unserem Waffen. Schnell hier durch die radioaktive Zone. Äh. Wir haben ja eigentlich. Eigentlich schützt der doch unser Anzug gegen Radioaktivität, oder? Ich meine, klar. Der ist bauchfrei und so. Wir wissen ja in Rollenspielen, je weniger weibliche Charaktere anhaben, desto höher ist ihr Rüstungswert. Ist so ein ungeschriebenes Rollenspielgesetz anscheinend. Nee, ist aber tatsächlich im Fallout schönerweise nicht so. Moment, wo gehe ich denn eigentlich hin? Was mache ich denn? Das ist also der Stolz von Valtek. Ein erstaunlicher Einsatz. So. Valtek ist tot. Ich bin jetzt Valtek. Ähm. Waffen. Halt, stopp. Keine Achterkugelschrott wieder lagern. Wir brauchen wirklich nur Waffen. Ich nehme jetzt mal alle raus. Und werfe die alle auf den Boden. Ich hoffe, es verschwinden nicht allzu viele. Aber es ist eh irre. Weil eigentlich, ich meine, ich mache das jetzt wirklich mit allen Waffen, die ich jetzt gerade rausgeholt habe. Das sind schon einige. Trotzdem werden wir den Balken nicht mal, also nicht mal nennenswert nach unten kriegen. Ach, die sieben Kampfgewehre hätte ich vielleicht einzeln runterwerfen können. Das hätte geholfen. Bei Granaten bin ich mir gar nicht sicher, ob es funktioniert. Aber ihr werdet es gleich sehen, dass das nicht mal... Also, ich meine, ich kann jetzt dann so viele Teile neu bauen, wie ich jetzt Waffen lagere. Eigentlich ist das eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich so super froh, wenn wir diesen blöden Balken endlich wegkriegen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht wieder verwerte. Lagern alles. Genau. Nein, stopp. Hier, lagern. So, man muss auch immer einigermaßen gut auf die Dinge zielen. Das macht es alles nochmal ein bisschen umständlicher. Vielleicht sollte ich mal... Ja, aber das geht ja auch nicht, weil die immer... Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mal versuchen, alle in einen Behälter zu räumen. In eine Badewanne oder sowas. Aber erstens werfe ich ja die Waffen kreisförmig um mich rum ab. Das heißt, die landen alle gar nicht in der Badewanne. Und selbst wenn ich irgendwie dann irgendwie mehrere Badewannen aufbaue um mich rum oder irgendwie sowas, habe ich das Problem, dass ich trotzdem nach einer gewissen Zeit früher oder später die Badewanne anklicken werde und nicht mehr die Waffen darin und dann die Badewannen einlagere und dann die ganzen Waffen wieder am Boden rumliegen. Und das verbessert nichts. Aber irgendeine Möglichkeit, damit die ein bisschen zentrierter wären und man einfach nur auf Einlagern drücken muss. Also immer abwechselnd quasi einlagern und bestätigen statt, dass er überhaupt nachfragt beim Einlagern. Was ist denn... Warum? Was ist denn das Problem am Einlagern? Ich mache die ja nicht kaputt oder so. Die werden nur eingelagert. Und dann fragt er mich immer, ob ich es wirklich einlagern will. Naja. Muss ich nochmal schauen, ob sich hier nichts verfangen hat. Sieht gut aus. Ich muss nochmal kurz nachschauen. Und ich will nämlich Endurteil eigentlich wieder mitnehmen. Das kommt nämlich oben ins Büro. Genauso wie Overseer's Guardian. Moment mal. Endurteil ist hier. Overseer's Guardian ist hier. Ja genau. Geschafft. Und ihr seht jetzt schon, dass oben die Größenleiste wirklich nur minimal kleiner geworden ist. Aber es ist eigentlich... Also es ist... Es ist ein Witz, oder? Jeder, der den DLC hat und angefangen hat zu bauen, weiß, dass diese Größenleiste gerade hier in diesem Vault-Tec-DLC ein absoluter Witz ist. Ich hätte nicht mal den Rohbau von meinem Atrium fertig bauen können. Ohne irgendwelche Möbel oder sowas. Ohne alles. Nur den Rohbau wäre nicht gegangen. Totaler Witz, oder? Da geben die einem so eine riesige Fläche und dann darf man nichts bauen da drin. Also echt. Also wirklich. Wenn die wenigstens... Es gibt ja eben diesen Nordflügel und Ostflügel und Südflügel. Wenn jeder von denen seine eigene Größeanzeige hätte, dann... Ja, okay. Okay. Dann könnte man da schon ein bisschen sparsam sein und dann wird das schon funktionieren. Aber so ist das einfach nur... Also ich bin... Ich bin total fassungslos, wie bescheuert das ist. Muss ich echt sagen. Also wirklich. Total bescheuert. So, Puhnöbel. Ich mache die mal einigermaßen mittig hier einfach. Und da drüben auch noch. Und hier über dem Generator. Das ist eh genau hier mittig ungefähr. Perfekt. Und durch diese Gitterstäbe dürften wir auch relativ leicht Strom reinbekommen in die gute Stube. Okay, die Frage ist jetzt... Ich bin mir gar nicht sicher. Mache ich hier einfach nur so eine Art Aufenthaltsraum? Oder kommen hier Zellen rein mit Betten, wo die dann wirklich drin wohnen? Und hier mache ich dann so eine Sicherheitsschleuse im Grunde. Ja, genau so machen wir es. Hier ist wirklich deren Living Quarter, deren Wohnbereich. Da wird dann auch ein bisschen dekoriert mit so Minenhelme, Schutzhelme und vielleicht auch Strahlenschutzanzüge. Und gibt es Spitzhacken in dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? In Skyrim gab es dieses nette Easter Egg. Das ist eine witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Rahmen meiner Let's Plays hier erzählt habe. Aber ich erzähle sie einfach nochmal. Weil, warum nicht? Skyrim nämlich. Genau. Also, ich muss früher anfangen. Scrolls. Ähm, Mayong heißen die, glaube ich, oder? Die Minecraft-Macher. Also, Notch quasi. Notch und sein Team haben ja nach Minecraft dieses nette kleine Kartenspiel Scrolls gemacht, das ich wirklich auch gerne gespielt habe. Sehr cooles Spiel eigentlich. Ähm, na nu, ich könnte das hier hinbauen. Ist ja komisch. Und, äh, Bethesda, also Bethesdas Anwälte, hatte das Gefühl, dass jetzt Scrolls, der Name für dieses Spiel, eine Patentverletzung wäre, weil die haben ja die Elder Scrolls-Reihe. Und die haben behauptet, jetzt quasi diese Scrolls, äh, wäre eine Anlehnung an Elder Scrolls und wäre deswegen illegal, weil die ja damit werben würden oder sowas in der Art. Ein bisschen weit hergeholt, finde ich, aber manchmal ist es so mit so Patentanwälten. Die sind halt ein bisschen übereifrig. Naja, ähm, auf jeden Fall sind die dann damit eben, wollten damit vor Gericht gehen, also haben eben gedroht, Mayong. Ich hoffe, die heißen wirklich Mayong. Oder Mojang? Mojang. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Minecraft-Leute, ihr wisst es schon. So, und dann hat Notch zu Bethesda gesagt, die sollen ihren besten Quake-Spieler aus dem Team suchen und ein Match gegen Notch spielen und der Gewinner darf dann den Namen behalten. Also der Gewinner, äh, entscheidet dann quasi, ob jetzt, äh, die ihr Spiel Scrolls nennen dürfen oder nicht. Leider, leider, leider haben, hat sich Bethesda nicht drauf eingelassen. Das wäre, finde ich, die coolste, äh, Patentstreitlösung der Geschichte geworden. Aber naja, leider haben die sich nicht drauf eingelassen. Wäre aber cool gewesen. Letztendlich, äh, ist es dann, glaube ich, wirklich vor Gericht gegangen und da ist selbstverständlich entschieden worden, dass, äh, die ihr Spiel Scrolls nennen dürfen, weil irgendwie, also, genau, ist ja auch gesunder Menschenverstand und so. Naja, nette Geschichte. Finde ich vor allem so sympathisch, dass der diesen Rechtsstreit, dass dieser Notch diesen Rechtsstreit mit, mit einem Quake-Turnier oder sowas beenden wollte. Äh, und jetzt hat er eine der teuersten Villen in, in, in Miami, glaube ich, oder so. Auch nicht schlecht. Ah, ich dachte, ich kriege hier leicht ein Kabel durchverlegt und jetzt wird es doch wieder alles ein bisschen komplizierter, als man denkt. Vielleicht baue ich hier drin einfach einen eigenen Generator. Vielleicht brauche ich hier drin nicht mal Strom. Ich weiß es ja nicht mal. Vielleicht lasse ich es erst mal. Machen wir erst mal was anderes. Mache ich erst mal, eigene Zellen mache ich jetzt erst mal. So, Strong, du stehst genau da, wo ich bauen will. Warum habe ich Strong eigentlich noch dabei? Hey! Sollen Strong was kaputt hauen? Ähm. Strong, warte! Gutes Fleisch. Nicht zu frisch. Neben was, Mensch. Danke. Vielen Dank. Ähm. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir uns trennen. Na. Mensch, so verwirrend. Folgen, nicht folgen. Du dich entscheiden. Mache ich doch. Erst folgen und jetzt nicht folgen. Und später vielleicht wieder folgen. So ist das halt. Walt 88. Außerdem bleibst du doch eh hier. Du sollst nur nicht dauernd mir hinterherrennen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ich hoffe, dass es auch einen Mod dafür gibt, äh, der Bugs rausbügelt. Das machen ja Modder zum Glück gerne, dass die die Versäumnisse der Entwickler ein bisschen, äh, einholen, beheben quasi. Äh, und, äh, Patches, inoffizielle Patches quasi releasen. Und so eine hat Fallout 4 schon auch nötig. Nicht so dringend wie andere Bethesda-Spiele in der Vergangenheit. Aber, ja, definitiv hat Fallout 4 einen Community-Patch nötig. Denn vieles funktioniert nicht optimal. Und sie haben auch viele Bugs im Spiel, die nicht ausgebügelt wurden von offizieller Seite leider. Ähm, deswegen wäre das echt super cool. Und nicht das erste Mal. Insofern ist das sehr wahrscheinlich. Also, so Sachen wie, ich glaube, dass Curie immer wieder zurück nach Vault 81 geht, ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Habe ich zumindest schon sehr oft bei sehr vielen Leuten gelesen. Solche Sachen zum Beispiel werden in der Regel von der Community dann gepatcht. Und das wäre echt cool. Das würde mich sehr freuen. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, jetzt die neue Reihe wieder an der Vault rumbauen. Äh, wenn ihr ja bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich mache beim nächsten Mal auch das Licht an, damit ihr was seht. Haha. Und, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Ciao.